Servus Leute und willkommen zurück bei der Shisha WG. Kleines Review zu dem Moon Funnel, den ich ja in letzter Zeit sehr sehr oft geraucht habe im Stream. Übrigens schaut gerne mal im Stream vorbei. Dienstag, Donnerstag, Sonntag, meistens ab 19 Uhr abends erstmal ein bisschen Talk und ab 22 Uhr zocken wir auch meistens noch eine Runde. Schaut gerne mal vorbei, falls ihr da direkt Feedback zu irgendwas braucht. Aber wie gesagt, heute ein kurzes, knappes Review zu dem Moon Funnel, da ich den in letzter Zeit immer häufiger benutzt habe. Am Anfang war ich ja so ein kleines bisschen dagegen, weil er doch sehr stark in die Richtung Oblaco Design ging und es gibt auch immer noch so diese Gerüchte, dass das wohl ehemalige Mitarbeiter von Oblaco sein sollen, dass es einfach ein neues Produkt von Oblaco ist oder dass sich da doch jemand ein bisschen zu nah am Oblaco Design orientiert hat. Was von den ganzen Dingen stimmt, kann ich euch nicht sagen, sind alles nur Gerüchte, die ich gehört habe, aber Moon Funnel. Der OVP-Preis für den Moon Funnel sind, meine ich, 25 Euro. Es gibt ihn aber online, oft im Angebot für unter 20 Euro. Letztens habe ich ihn sogar im Angebot bei Hooker Black für 12 Euro gesehen, was geisteskrank ist. Könnt ihr mal vorbeischauen, vielleicht haben die noch welche. Habt nichts mit Hooker Black am Hut, aber habe ich gesehen, fand ich ein kranker Preis. Also 12 Euro für den Kopf ist geisteskrank. Ich würde sagen, der Sweetspot liegt wahrscheinlich irgendwo zwischen 18 und 21 Euro. Müsst ihr mal gucken. Gibt ihn zum Beispiel auch bei Shisha Union mit SWG 10, aber nicht für 12 Euro. Ich habe ihn auch schon für 28 Euro online gesehen. Da muss ich sagen, 28 Euro, bisschen schwieriges Thema. Aber der Moon Funnel ist ein weiterer klassischer Kopf, der in die Kategorie HMD-Kopf aus Russland fällt. Das heißt, wir haben eine Form, die sehr, sehr gut ist, um eben mit einem HMD wie zum Beispiel dem Kalout oder wie bei mir gerade dem Nagrani zu bauen. Und das passt auch sehr, sehr gut da drauf. Also sowohl der Kalout als auch der Nagrani sitzen wirklich nice auf dem Moon Funnel. Wir haben viele verschiedene Colorways, die auch schon wie bei Oblaco sehr, sehr schön sind. Es ist einfach ein weiterer Kopf in der klassischen Kategorie Oblaco M Größe. Also alle vergleichbaren. Ihr kennt es ja, mittlerweile kommen ja jeden Tag zwei Köpfe auf den Markt, die sehr, sehr nah am Oblaco dran sind. Da ist der Moon vielleicht sogar noch so ein bisschen eigener als viele von diesen anderen nachmachen, sage ich mal. Aber wir haben ein Depot, was dem Oblaco M halt relativ ähnlich ist. Das heißt, man kann den so ungefähr mit 18 bis 25 Gramm bauen. Kommt natürlich immer drauf an, baut ihr fluffig, baut ihr dense, baut ihr Abstand, baut ihr ein Overpack. So eine genaue Grammanzahl kann man da gar nicht so genau geben. Aber ich zeige euch auf jeden Fall erstmal, wie ich genau diesen Kopf gerade gebaut habe. So, kommen wir erstmal zu den Maßen von dem Moon Kopf. Oben haben wir 76 Millimeter. Das Pfannelloch ist 9,16 und unten die Öffnung für die Kopfdichtung ist 25 Millimeter. Was bedeutet das? Die Kopfdichtung verschwindet sehr häufig bei den Moon Köpfen einfach im Köpfchen und steckt dann da drinnen fest und man muss sie rausfummeln. Das Pfannelloch ist relativ klein, was man sogar manchmal im Durchzug merkt, wenn man da im Vergleich ein Oblaco L hat, ist das deutlich einfacher. Und von der Größe passt wunderbaren Kalau drauf. Ich habe den Kopf auch nur so geraucht. Kopfbau, ihr seht es, locker fluffig einfach den Tabak rein, dann ein bisschen mit der Stecherseite von unserer Gabel-Stecher-Kombi oder Gabel, was auch immer ihr benutzt. Hauptsache euer Kopf sieht am Ende ganz gut aus. Verteilen wir das dann ein bisschen. Den Kopf kann man gut auf Abstand rauchen, man kann auch Noppenkontakt und auch Vollkontakt rauchen. Ich habe festgestellt, dass ich ihn tendenziell ein kleines bisschen niedriger baue als im Vergleich so ein Oblaco, aber man kann ihn mit allen drei verschiedenen Varianten bauen und hat auch keine Probleme. Ich persönlich rauche ihn meistens auf Noppenkontakt oder Overpack, bin halt einfach nicht mehr so ein Freund von Abstand-Setup. Ich mag da, wenn da so ein bisschen mehr bei rumkommt. Deswegen bei mir meistens Noppenkontakt. Von der Tabak-Depot-Form her ist es sehr, sehr einfach, den Kopf zu bauen. Man hat da wirklich wenig Fehlerpotenzial. Er ist relativ groß, jetzt kein Oblaco L oder S im Vergleich, sondern eher so ein Oblaco M. Und durch die Größe kann man auch mit Tabak, der jetzt nicht unglaublich fein geschnitten ist, das Ganze sehr schön verteilen. Und so haben wir das dann auch gemacht. Danach noch mal den Rand sauber machen und dann seht ihr es ungefähr randhoch, das Ganze locker fluffig rein, leicht verteilen und dann passt das auch schon. Und so sieht dann unser fertiger Kopf hier in dem Moon Kiwi aus. Ja, mein Kopfbau habt ihr gesehen und man muss direkt sagen, der Moon lässt sich sehr, sehr entspannt bauen. Mit dieser leicht abgerundeten Fläche an der Außenseite und dem doch schön präzise gearbeitetem Funnelloch in der Mitte, das schön hochgeht, kann man da sehr, sehr entspannt den Tabak bauen. Lässt sich also sehr entspannt bauen, der Moon. Generell kann man mit dem Moon auch wirklich super Abstand, Noppenkontakte und Overpack bauen. Ist relativ präzise, aber das haben eigentlich all diese Depots in dieser Größe vom Oblaco M gemeinsam. Performance-Technik. Ich habe am Anfang gedacht, dass der Kopf unglaublich nah am Oblaco dran ist und deswegen auch genauso performend wird wie der Oblaco. Ich muss aber dazu sagen, ich habe dann auch mal Must-Have in dem Moon Funnel probiert. Das hat mir zum Beispiel im Oblaco gar nicht gefallen. Im Moon läuft Must-Have super. Also irgendwo muss es da doch einen kleinen Unterschied geben. Und speaking of Unterschiede, ich blende euch mal ein Bild ein, weil von all den Moon Köpfen, die ich mittlerweile habe, sieht einer anders aus als der andere. Also natürlich vom Colorway, aber sowohl von der Größe als auch zum Beispiel bei meinem neuesten, da fehlen einfach komplett die Airflow Schlitze. Also ich bin kein großer Freund von Airflow Schlitzen. Ich denke, wenn das Funnelloch so niedrig sitzt wie bei Moon, dann bringen diese Mini Airflow Schlitze original 0. Aber warum lässt man die auf einmal weg? Also ich verstehe einfach die Entscheidung bei Moon nicht. Ist es einfacher? Geht es schneller? Wollten die mehr produzieren und lassen deswegen einfach einen Schritt weg? Oder ich kann es nicht so ganz nachvollziehen. Aber auf jeden Fall sind bei meinem neuesten Moon, den ich da habe, einfach die Airflow Schlitze weg. Und er ist deutlich kleiner als meine älteren Moon Köpfe. Vielleicht wird da auch noch ein bisschen am Material gespart. Ich kann es euch nicht genau sagen, was die Entscheidung dahinter ist. Dafür habe ich keine Connections zu Moon oder so. Kann ich euch leider nichts zu sagen. Aber Mastef hat auf jeden Fall besser in dem Moon funktioniert als im Oblaco. Das heißt, es muss auf jeden Fall einen kleinen Unterschied bei der Performance geben. So, kommen wir direkt zu meinem Fazit. Wenn man den Kopf für 12 Euro bekommen kann, dann ist es ein No-Brainer. Die Performance ist nice. Das Depot ist typisch Oblaco M. Da kennen wir ja mittlerweile super viele Köpfe. Da gibt es eigentlich keine großen Überraschungen mehr. Das Design finde ich hübsch und die Funktion bzw. die Performance ist wirklich gut. Aber auch nicht herausragend. Deswegen für 12 Euro absoluter No-Brainer. Für um die 20 Euro würde ich sagen, wenn ihr wirklich noch einen weiteren Kopf in dieser Größenkategorie braucht oder noch keinen habt, kann man den Moon auf jeden Fall kaufen. Wenn ihr schon einen Oblaco, einen Kalifa, einen Lidlip XL, einen Huacaya Shallow habt oder irgendwas in dieser Kategorie. Es gibt ja super viele Köpfe mittlerweile, die in dieser klassischen Größenkategorie von, ich sage einfach mal, Oblaco M sind liegen. Wenn ihr davon schon welche habt, dann braucht ihr den Moon nicht. Also wenn ihr Köpfe sammelt und ihr wollt einen Moon, dann ist das cool, wenn ihr den so für um die 20 Euro bekommt. Aber wenn ihr einen Oblaco habt oder einen von den anderen eben genannten Köpfen, dann brauchst du eigentlich keinen Moon. Das heißt, es ist eher die Frage, willst du noch einen Moon? Und die Frage, die müsst ihr euch selbst beantworten, aber der Moon auf jeden Fall sehr nice. Ich hoffe, ihr fandet das Video nice. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben oder ein Abo da. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin macht's gut. Eure Shisha WG.